Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Zeiten ändern dich von Bushido in der Limitierten Deluxe Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Inhalt, somit wie auch die Links zum Album und zu der Limitierten Deluxe Edition, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zeiten ändern dich aus dem Jahr 2010. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier oben einmal Erstguter Junge präsentiert stehen. Dann haben wir hier Bushido abgebildet mit dem typischen B am Hals und Sonnenbrille und dann haben wir hier eine deutsche Fahne, die hier so durchgeht und darunter lesen wir dann in goldener Schrift Zeiten ändern dich Bushido Limitierte Deluxe Box, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass der Name Box in dem Fall etwas irreführend ist. Also das ist so eine Deluxe Edition, so ein Spezialkase in Metall gehalten. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Bushido Zeiten ändern dich Limited Deluxe Box. Auf der Rückseite nochmals groß das Logo, das rote B und hier unten haben wir noch die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, das Ganze geht dann hier auf und dann haben wir hier einmal ein Booklet, ein Poster, einen Merchandise Flyer, zwei CDs und eine DVD. Wir starten gleich mal mit der DVD, nachdem diese ja links ist. So sieht das Ganze aus, in schwarz und rot gehalten und hier der FSK 16 Aufkleber oder Hinweis. Auf dieser DVD befinden sich zum einen das Making-of des Albums, also der Entstehungsprozess zu Zeiten ändern dich, ein Interview mit Bushido und das Video zu Alles wird gut. Dann haben wir hier das Album an sich. Zeiten ändern dich, in rot und schwarz die CD. Und dann haben wir hier noch eine zweite CD und diese in gold und rot gehalten. Was sich auf diesen CDs befindet, finden wir gleich raus, indem wir dann das Booklet durchschauen. Also wir lesen hier schon Instrumentals, aber was wir an ihm im Detail darauf finden, schauen wir uns gleich noch an in der Tracklist. Gut, soviel zu den Tonträgern bzw. zu DVD. Dann haben wir hier noch einen Merchandise-Flyer und so haben wir einmal diverse Shirts aus dem Bushido-Shop und dann hier noch einen Hinweis zu seiner eigenen Premium-Marke, Vershishi. Gibt es auch einen eigenen Store. So, dann kommen wir zum Booklet, Bushido Zeiten ändern nicht. Das ist ja genauso wie der gleichnamige Film erschienen im Jahr 2010 und war mehr oder weniger der Soundtrack zum Film damals. Wir haben hier Bushido in drei verschiedenen Varianten abgebildet. Einmal so der Businessman hier so im Anzug, dann rechts so freizeitmäßig mit T-Shirt und links dann mit Lederjacke. Hier oben lesen wir wieder, er ist guter Junge präsentiert. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir einmal die Infos, was sich wo befindet. Also die DVD, habe ich euch bereits gesagt, was darauf ist. Dann haben wir das Album an sich, Zeiten ändern dich, mit 19 Tracks, wobei man sagen muss, regulär sind 16 Tracks drauf. Wir haben Features von Flair, K1, Glasshouse, nochmals Flair und K1 und diese 16 Tracks sind auf dem Album. Und dann haben wir in dieser Limited Deluxe Edition drei Bonus Tracks, nämlich einmal mit dem BMW, das ist eben Flair und Bushido, also Flair und Sonny Black in dem Fall. Dann Ich liebe dich, das ist ein Solo-Track von K1 und Weg eines Kriegers, das ist ein Track von Jakuza und Busy Montana, der auch in dem Film vorkommt. Also da gibt es eine Szene, wo Bushido in seinen Club kommt und da sind gerade Busy und Jakuza auf der Bühne und performen diesen Track. Und dann haben wir auf der CD2 dann die Instrumentals zu allen 19 Tracks. Gut, einmal Bushido hier groß abgedruckt und wir sehen schon vom Designer dieses Schwarz-Rot und Grau zieht sich hier so durch. Einmal Bushido in Lederjacke, nochmals Bushido in Lederjacke und Sonnenbrille abgebildet. Dann einmal im Hochformat, Bushido und hier mit dem B darüber und Anzug diesmal. Dann Bushido mit Anzug und Sonnenbrille und Zeiten ändern dich. Nochmals mit Anzug und Sonnenbrille, auch hier wieder das B. Und dann haben wir hier relativ klein gedruckt die ganzen Infos zum Album, also wer war beteiligt, die ganzen Credits, Produzenten, Artwork, Cover, Design etc. Und dann hier nochmals eine Abbildung des Interpreten. Gut, soviel zum Booklet. Dann haben wir noch als letzten Inhalt dieser Deluxe Edition ein Poster und dieses ist im Hochformat gehalten. Wir haben hier auch wieder Bushido in Anzug und Sonnenbrille. Das Ganze einseitig bedruckt im Hochformat. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box, in dieser Limited Deluxe Edition befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Dann ja, Booklet und dieser Flyer, sehe ich jetzt nicht wie als Inhalt, aber ja, das Booklet. Das Ganze kommt in dieser Box mit Instrumental CD, Album CD und DVD. Ja, das alles in dieser wunderbaren Deluxe Edition von Zeiten ändern dich von Bushido. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Edition? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bushido unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt euch auf, ciao!